hallo ihr lieben herzlich willkommen heute hier zu meiner 20 minütigen klangmeditation zu der ich dich ganz persönlich einladen möchte vielleicht möchtest du den moment noch nutzen und dir auch einen entspannten fleck suchen ein ort an dem du dich entspannen kannst und ganz und gar zur ruhe findest du möchtest zünde dir auch gerne noch eine kerze an oder ein räucherstäbchen so dass du dir eine ganz wunderbare atmosphäre schafft und dann eröffne ich die klangmeditation mit dem höchsten ton der zimbel und auch mit diesem höchsten ton werden wir die klangmeditation beenden also leg dich zurück deck dich zu wenn du möchtest schließe deine augen nimm erstmal zwei drei ganz tiefe atemzüge wirklich bei dir und in der meditation anzukommen und in der vier ein konzentriere dich darauf wie sich dein brustkorb mit jeder einatmung hebt bei jeder tiefen ausatmung wieder senkt mit jeder einatmung ist der frische neue energie auf mit jeder ausatmung lässt du alles los was dich bedrückt was dich blockiert und dich hemmt dein volles potenzial zu entfalten dieses deine zeit deine zeit der regeneration und neuordnung deine zeit der inspiration dich hemmt dein volles potenzial zu entfalten und dich hemmt dein volles potenzial zu entfalten davon ausatmung des Also lass dich einfach fallen, lass dich tragen von den Klängen, von den heilenden Frequenzen, die durch deinen gesamten Körper strömen und jede Körperzelle mit neuer Kraft und Energie auflädt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann vertiefe deinen Atem wieder, spüre wieder ganz bewusst in deinen Körper zurück. Nimm deine Atmung wahr, wie sich dein Körper und dein Geist jetzt fühlt. Und dann fang an, deine Füße zu bewegen. Deine Fußgelenke zu kreisen. Deine Hände zu öffnen und zu schließen. Deine Handgelenke zu kreisen. Und die Arme über den Kopf und mach dich ganz lang. Dreck und streck dich in deine ganze Größe wahr. Wenn du soweit bist, finde zurück ins Sitzen. Öffne deine Augen. Und finde zurück. Ganz entspannt und neu aufgeladen ins Hier und Jetzt. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Bedank du dich auch bei dir für die Zeit, die du dir geschenkt hast. Und ich freue mich, dich ganz bald wiederzusehen. Eure Steffi Dreck 30